Kontenance, bitte. Die Gegner sind zwischen 79 und 83. Prüfung, mein zweiter Vorname. Ne, mein zweiter Vorname ist Luke. Scheiße. Kein sieben siebzig. Kein vorblüff, viermal Funson. Ich hab noch Black Screen, nice. Ah, for fuck's sake. Kontroversaler Halt. Brandys hattes Licht, Delirium. Ach, lass den Müllton, ist das dein Ernst? Ich hasse mein Leben schon jetzt. Ich will euch alle nichts hören sehen, spüren. Ne, ich spüren sowieso nicht. So. Zu oft. Sieht so. Schnapp sie dir. Ich weiss nicht, ob wir drinnen oder draussen bleiben sollten, aber... Ich mache hier keinen Unterschied. Ich bin heute öfter sofort das Licht getroffen, wie in meinem Leben auf Schwulen. Nate hat keinen. Es kommt weder Mitte noch hinten einer. Doch, ich glaub die gehen von hinten nach oben. Doch, Mitte, Mitte, Mitte. Eine. Du bist allein zu euch von uns. Snipey boy. Snipey boy. Jutyn. Spüren Jutyn. Bin ich so'n Assi? Nee. Die sind zu getrennt, Jungs. Die sind zu getrennt. Zwar auf, kommen wir bitte zu uns. Einer kommt low in die Mitte. Ich weiss nicht, wie ich den geholt habe, aber ich bin... Nee, der steht hier gerade auf. Sauber. Teamwork! Ich habe nicht einen Kill gemacht. Team! Toll, ein anderer macht's! Das Gegnerische Team wohnt auf. Mike ist hier am flexen mit seinem... ...Kumpfdings. Äh, raus, raus. Fuck, shit, kacke. Lang durch. Links läuft einer. Einer umläuft links. Ich werde gesniped, schnell raus. Eben. Der Schuss ist aber weg. Von ihm jetzt ist schon mal nicht schlecht. Der ist revoker. Der ist zurück. Oh ne, der hat die Kette. Der hat mich getroffen, war ein Body. Stehen zu zweit. Zwei hinten lang. Ja. Einer weg. Einen habe ich. Der zweite hat mich. Ah, das ist blöd. Ich glaube, ich kann die Wiederbelebung ablocken. Wow, das war ne Scheiß. Oh, mein Gott, ich hab die Jöswin überlebt. Ich hab ihn. Es ist nur noch einer und ich stolte... Was war das denn? Ach, einer hat mich bittet. Ja, moin. Ich bin ein Gott, Alter. Ich bin ein Gott. Ich hab die Jöswin überlebt. How-Level-Unterschied könnte es gewesen sein. Nee, ausgewichen. Ah. Das gibt gar nen Schluck Metal, holy shit. Zum Moor-Level-Luschen. Ah, ich mach die Toast. Aber Spiel versklavend finde ich keiner. Wir haben den Vorteil, kommt Jungs. Nicht aggressiv werden, aber auf Übermacht spielen. Einer Mitte, zwei Mitte, einer links. Beide Mitte. Beide spielen in der Maze und kassieren ist richtig. Der eine ist hartleid. Der eine ist hartleid. Der eine ist hartleid. Wenn nur noch einer über ist, spielen wir das nächste. Ja, wir könnten theoretisch auch super Vorteil spielen und den möglichst lange leben lassen, aber ich denke 3 gegen 2 schaffen wir ja wohl. Nee, so, so Assi sind wir nicht. Es ist Jogfane. Dude, we're not dutch, we're not dutching. Ey, im fucking Combo auf den hohen Elos haben die Leute sich regelmäßig selber von der Klippe ge-eatet, damit du keine Superaufladung kriegst, während einer schon tot ist. Das war auch ein sexy Kollege. Ist das ein Toaster? Ach, die Server, Jungs. Gewinner in Runde in 20 Sekunden. Nein! GG! Geile Scheiße, Alter! Nein, stand glaube ich zum Teil AFK rum. Ich war AFK. Runde in 20 Sekunden gewonnen, quasi, mehr oder weniger durch zwei Kills. Sind wir gut oder sind wir guter? Noi. Alter, what the fuck? So, wir sind unseren Nebenvorteil. Safe, safe, safe. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Der, ja, ja. Der hat seine Toaster-Schüsse weg. Oh mein Gott, muss ich jetzt nachladen, Alter. Bin hinter dir. Brauchst du den Weg. Wir haben dich alle Mühe gegeben, dich zu erliegen. Niklas, könntest du ein PvP-Gott sein? Ich hatte kein Glück. Ich bist jetzt irgendwann gesehen. Ich schalte jeden Gegner im Match aus, ohne jeweils selbst eliminiert zu werden. Was war das für ne Runde? Eine fucking flawless Runde? Fragezeichen? Kloschenmark? Du hast sie auseinandergenommen. Damn, Bro! Ich bin froh, okay. Ja, Löchthurm-Astendenz. Schalte mindestens sieben Gegner aus, ohne gekillt zu werden. Let's fucking go! Holy shit, Alter! Und Sternenlilose macht, schalte jeden Gegner aus, ohne selbst eliminiert zu werden. Bis dann!